Musik 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 Wir züchten arabische Pferde im Ruhrgebiet, in der Mitte von Deutschland. Nachdem sich bei uns einiges geändert hatte, wollten wir gerne eine Longierhalle bei uns auf dem Gestüt errichten. Nach vielen Vergleichen mit anderen Anbietern haben wir uns schlussendlich für die Firma Polplan entschieden, die uns das beste Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten hat. Aber das war jetzt nicht alleine ausschlaggebend. Ausschlaggebend für uns war, dass die Firma ebenso eine Reithallenbande anbieten konnte und Windschutznetze, sodass wir eine gebrauchsfertige Reithalle, Longierhalle übergeben bekommen haben, die innerhalb von nur einen beziehungsweise zwei Tagen komplett aufgebaut wurde. Wenn ich nochmal zu tun hätte, rückblickend würde ich mich immer wieder genauso entscheiden. Super Abwicklung, super Qualität. Ich würde es nach wie vor nochmal genauso machen. Musik Musik Musik